Und da kommt hier Roberto! Zack, vorbei an Hörsen, dann aufbeinlich, ein Zuckertor, ein Zaubertor! Selbst der Jubel ist Kunst! Roberto, Bramelo, der linke Außenrist, da kriegst du den Mund nicht mehr zu! Roberto verschlingt die Beine, zaubert seine brasilianischen Füße durcheinander. Unglaublich, perfekter Fußball! Und das macht C-Roberto! C-Roberto sieht Kirsten und der wusste, wem der Dank gebührt, er küsst dem C die C. Und C-Roberto mit allem Instinkt, mit aller Finesse zur Führung für Leverkusen. Spielerisch, leichtfüßig, durchspaziert. Musik Was macht der Kinkel denn da? C-Roberto! Die Zunge, Achtung, hier die Zunge! Ist das lässig! Ist das lässig! Schwupps vorbei und rein damit! Das Zeichen von C, dem stolzen Papi! Herrliche Kopfballhaltung da von C-Roberto! Selten einen Fußballer gesehen, der bei so hohem Tempo so fall-sicher ist! Feinlich in die Spitze, da ist Reichenberger! Und C-Roberto macht das Tor! Und C-Roberto! Stehende Ovationen für diese Aktion hier im Liegen mit der Hacke mitgenommen! Klasse! Und C-Roberto! Sein Dank galt höheren Gewalten geschafft! Eine weitere Aktion in deleted Finesse City challenges. Vielleicht kommt noch im Liegen mit der Hacke mit der Hacke mit Óplosion! Auf beim nächsten Mal Vietnam! Pföker, Alberto!